hi liebe leute ja ich bin es mal wieder hier mark von biken tv und ich habe ein video gemacht zum thema die besten tipps für nasses laub und die saison steht jetzt an ich werde es jetzt an diese kleines an diese kleine meinungssequenz hier dran hängen also bleibt dran hier im video kommen die besten tipps jetzt habe ich die erfahrung gemacht manche machen im herbst die strecken frei von laub also im bikepark sowieso in der wenn die saison vom bikepark läuft bis anfang november dann werden vorher die strecken immer wieder frei gemacht vom laub und ich habe es auch schon bei legalen trails mal gesehen wo ich dann noch gefahren bin da war viel laube dann kam ich noch später waren durch die vereinsarbeit haben die den kompletten trail von laub befreit weil es einfach sicherer ist da habe ich gefragt hui okay das kann ich noch gar nicht so wie seht ihr das denn wie ist eure meinung findet ihr das sinnvoll wenn ihr local seid solltet ihr mal im herbst oder irgendwann bevor dann der winter auch da ist mal komplette locals alle zusammen oder im verein mal das laub vom trail weg machen oder findet ihr das gehört dazu ein bisschen mehr risiko muss halt sein dann ist das ein bisschen rutschiger das ist zu unnatürlich zu viel arbeit auch was fallen euch für argumente ein ja ihr seht es jetzt hier das laub hier auf dem trail ist überall da könnt ihr gut sehen das wird noch ein bisschen mehr und irgendwann hat man so eine richtige laubdecke und man sieht unter dem laub keine nassen äste oder so da kann man auch ganz plötzlich wegrutschen also ist nicht ganz ungefährlich kenne ich sogar ein paar leute die sich bei sowas schon verletzt haben einfach gefahren auf einmal zack weggerutscht weil sie unter dem laub einen nassen ast nicht gesehen haben puh gute frage wie seht ihr das ich hänge jetzt hier die tipps dran für nasses laub wir sehen uns im nächsten video und ich bin ganz gespannt bis dann ein thema das sehr akut es kommt aber jedes jahr wieder und es wird wahrscheinlich so gut wie alle von uns betreffen ja es geht um das sagen umwobene laub das heißt fluch und segen segen weil es natürlich total schön wenn man durch die herbstwälder fährt die sonne scheint so ein bisschen alles leuchtet gelb und orange bunt für den naturgenuss ist echt sehr schön aber als bodenbelag ist es teilweise sehr gefährlich also stürze auf laub ist nicht nur ein thema für so leute die im rad zur arbeit fahren auf falschen bei uns mountainbikern aus einem spezifischen grund auch sehr sehr relevant ich möchte dafür ein paar tipps geben vielleicht eine kleine info für euch hat letzte nacht hier geregnet ich dachte jetzt kann ich habe ich ein bisschen nasses laub für den videodreh aber leider ist leider eigentlich gut so aber für das video ein bisschen schade ist nicht so nass es kann aber trotzdem sein und ich habe jetzt hier nichts vorbereitet ich zeige euch das direkt mal so ganz spontan ich muss mich nur einmal bücken und unter dem laub habe ich hier einen feuchten kleinen stock der bewegt sich ja noch also der könnte noch weg springen vom rad oder hier sehe ich eine tanz hat die man auch unter dem laub nicht sehen würde das ist jetzt nämlich das problem dass man unter dem laub dinge nicht sieht und wenn das eine nasse glatte wurzel ist kannst du bis hier in das vorderrad rutscht sofort weg und du liegst sofort auf dem boden das laub hat nicht die beste traktion aber die hauptgefahr liegt darin dass man nicht sieht was unter dem laub ist und das kann wirklich zu bösen stürzen führen ja was kann man denn dagegen machen ich meine man will jetzt nicht mit dem laubbläser durch den wald laufen also es gibt da daunel strecken zum beispiel die daunel strecke in wuppertal da habe ich mal gesehen hatte der verein wirklich mal die frei geräumt weil dann ist ja auch für den winter immer noch frei also das laub weg gemacht das war schon abenteuerlich sonst habt ihr das lab auf dem trail ja was könnt ihr machen ein tipp von mir ist wenn ihr den trail kennt und ihr wisst da sind viele wurzeln und die seht ihr jetzt unter dem laub nicht wenn wir da sucht euch schon so immer genere linien vorher aus wo ihr wisst ok an der linken seite sind nicht so viele wurzeln fahrt aber eher konservativ weil wenn ihr dann sofort attackiert als wenn nichts wäre oder der vorderrad geht über eine nasse wurzel legt ihr sofort mit dem harten einschlag da deswegen vorausschauend fahren eine gute linienwahl das ist jetzt quasi noch wichtiger als es sonst eh schon ist weil man vielleicht dann doch wenn man gute linien war hat schön paar sekunden vorausschaut paar meter wie auch immer je nach geschwindigkeit dann kann man direkt trotzdem erkennen ob da was drin liegt im laub oder ob es eher glatt aussieht auf laub zu fahren heißt man sieht nicht was drunter liegt und das kann dazu führen dass das vordraht zum beispiel auf eine wurzel so seitlich wegrutscht die man nicht gesehen hat das heißt man muss schön vorausschauen und immer sehr bereit sein für unerwartete schläge also locker stehen schön gewicht auf den füßen haben vordere ferse unten hängen und dann immer bereit sein die dinge die einen schlaglöcher oder als schläge die dann von unten kommen abzufedern wenn man irgendwie sich hinsetzt oder ganz starr steht dann kriegt man die schläge auch voll ab und hat dann auch höheres risiko dass man vielleicht dann doch ein bisschen die kontrolle verliert laub an sich ist für manche halt auch ungewohnt denn dann kommt halt der kopf ins spiel wenn man weiß ist es potenziell rutschig und ungewohnt dann ist man schnell verkrampfter packt den lenker hart ist kein ist eine eine mit dem bike und nicht mehr schön getrennt dass das bike sich unter ein bewegen kann und dann steigt auch die sturzgefahr das ist wie so ein teufelskreis was kann man dadurch machen wir müssen gucken die vermeidungsstrategie ist ein no go also sollten auf keinen fall sein und meiden wir halt den laub weil er kommt das laub kommt ja eh das heißt sich langsam reinsteigern erstmal ein weg finden wo laub ist aber nicht viel wurzeln drunter dann weg wo es laub ein bisschen tiefer ist dann weg wo es die laub ein bisschen nasser ist oder der weg ein bisschen steiler ist halt schritt für schritt steigern damit ihr dieses über laub fahren euch daran gewöhnt in eurer routine holt in euren komfortzone wie andere rutschige untergründe ist natürlich bei laub so dass die tatsache dass man jetzt laub hat was ein bisschen rutschiger ist so ein bisschen einsinkt das verstärkt halt noch mal den bedarf nach sauberen basics zum beispiel das thema bremsen ist jetzt ganz klar jemand der auf normalen boden schon dazu lastet ein bisschen ruckelartig zu bremsen den finger unruhig zu haben das hinterrad immer wieder kurz zu blockieren da wird auf laub noch mehr dieses gefühl haben weil man zieht die hintere bremsen wenn man ein bisschen zu stark ist blockiert sofort das rad fängt sofort in dem laub an hin und her zu schwimmen was auch ein kontrollverlust werden kann deswegen das gefühl welle bremsen ganz dosiert kann man auch immer schön mal üben zwischendurch wenn man das noch nicht so drauf hat viele haben es intuitiv schon ganz gut drauf und dann wirklich ganz geschmeidig die bremsen schleifen lassen und dieses ruckelige auf zu auf zu oder nur blockieren vermeiden leider habe ich heute keine passende stelle aber wenn es sehr rutschiges laub ist dann ist es ähnlich wie weiß oder so man sieht die stelle wo zehn meter alles rutschig mit laub dann muss man mal durchfahren ohne lenkbewegung ohne bremsbewegung und sobald dieses total rutschige laub dann wieder besser wird ein bisschen festeren boden hat dann kann man wieder mit brems oder kurvenbewegung anfangen also für diese ganz akut mega rutschigen stellen schaut heraus ihr seht da könnte mich weghauen dann lieber sagen zehn meter mal aufbremse auf und gerade die vorderbremse ganz wichtig und ja dann sie da kontrolliert durchkommt zügig durchfahrt bei mehr dann langsam werdet und wo oben mit dem bike zum meer besteht die gefahrte von wirklich gerutscht so steil abfahrten steile passagen mit laub das heißt die traktionsgrenze kommt vorher man sieht nicht was darunter ist sich schön klein machen ist bin ich mein stock gerutscht und klein machen klein machen linien finden liebe leute das war jetzt einfach hier so ein verbindungsweg zur straße der richtig schön stall ging und bin ich noch nie gefahren vorher weil ich dachte passt jetzt schön mit dem laub aber das war natürlich ein gepoker ab und zu lagen dann mal dickere die konnte man noch sehen oder dünnere nasse stöcke unterm laub das heißt es ist eine lotterie die kann auch ganz schnell schief gehen markus klaus mann der 16 male gedauernen meister in deutschland hat sich mal bei so normalen cross country trainingsreit das flüsselbein gebrochen so habe ich zumindest gelesen in der bike zeitschrift damals weil er einfach eine wurzel unterm laub nicht gesehen hat und wenn ihr blind strecken fahrt also die ihr noch nicht kennt also neue oder mit laub noch nicht gefahren seid dann ist das risiko da und gerade wenn es etwas richtig steiles ist und technisch schwierig dann muss man sich wirklich überlegen gibt man das risiko ein oder sagt man muss jetzt nicht sein oder man geht zumindest vorher mal ab und zieht dann die richtig doofen nassen sachen die unterm laub waren warten dann so mal raus genau im bike park machen sogar im herbst immer die strecken frei von laub weil sie wissen sonst liegen da ganz viele leute wie so oft beim biken macht es die erfahrung dass man halt den boden einschätzen kann und gefühl kriegt wann fängt das rad an zu rutschen zum beispiel in der kurve jetzt gerade habe ich eine vorgemacht hier am steinbruch wenn das rad hat sich mehr geneigt als der körper ich verlinke mal das video darunter wo ich das nochmal gut erkläre wie man dann den körper mitdreht wie man noch die schräglage des bikes verbessern kann ja und man findet diesen grenzbereich auf laub durch erfahrung das heißt ihr müsst jetzt möglichst viel laub fahren um auch irgendwo komfortabler damit zu werden und auch wirklich zu wissen wo ist denn da mein traktionslimit ist vielleicht anders als auf total rutschigen matsch oder schnee eis oder sehr rutschigen sand was ja alles auch gibt und dann wird ihr euch wirklich auch selbstbewusster werden und vielleicht hat ihr das gefühl im laub zu fahren dann auch immer mehr genießen liebe leute es gibt noch einen tipp für das kurven fahren bei laub und zwar das ist auch bei anderen untergründen möglich wenn ihr eine steile langsame kurve habt so wie ich hier von diesem weg hier rüber runter auf den anderen weg dann ist es so man fährt langsam rein bremst vor der kurve durch das tempos darunter und wenn man jetzt in der kurve langsam bleiben muss man kann ich aber die bremse aufmachen dann würde man sofort los schießen wie verrückt dann kann man noch hinten weiter gefühlvoll bremsen und wenn man sieht ist es wirklich sehr laubig rutschig die vorderbremse mal kurz weglassen oder weniger nutzen oder ganz weglassen damit das vorderrad sowie auf schienen weiter rollen kann das ist ein ganz wertvoller tipp wenn man nicht dieses in der kurve vorderrad schieb weg im laub haben will ich fahre jetzt hier die steile kurve runter und dann bremse ich hinten vorne kurz loslassen und wieder vorne so kann ich das halt nutzen wenn ich vorne die bremse kurz weglassen man fordert nicht wegrutscht denkt daran ob jetzt in der kurve oder sonst im rutschigen laub wenn euer rad mal vorne so ein bisschen weg rutscht also stück zur seite muss man versuchen locker zu bleiben wenn man dann verkrampft dann kann es sein dass man dann auch noch weiter rutscht und ganz stürzt also durch das sich rantasten gewöhnt man sich auch daran dass das rad manchmal so ein bisschen weg rutschte vorne ist echt unangenehm aber man merkt so ein bisschen rutschen ist nicht schlimm dann ist das noch okay liebe leute schreibt doch mal in die kommentare was sind so eure erfahrungen mit laub also sowohl vielleicht die negative erfahrungen von stürzen oder auch mal so eine laub gaudi wo er sagt das macht auch mal so spaß so ein bisschen manche in alpen die können im winter so durch so powder durchpowdern man kann mal so ein bisschen durch laub durchpowdern solange man hat nicht den untergrund kaputt macht das ist ja auch mal eine witzige sache weiß ich nicht was ihr da bisher so gemacht habt schreibt mal rein ich würde mal sagen ich habe mich über die jahre einfach so sehr laub gewöhnt weil ich fahre so viel im winter und dann hast du oft nur so eine eisschicht auf dem laub also ich kann da so schnell nichts mehr erschrecken und ich bin natürlich auch dann vorsichtig und attackiere nicht wie ein downwind profi weil ich einfach das nicht riskieren will da auf die nase zu fallen genau ich freue mich aufs nächste video danke fürs zuschauen abonniert den kanal wenn ihr da bock drauf habt und wir sehen uns